So, willkommen vor den Empfangsgeräten, ich bin Mongu Zyakum von Infrakta und das ist die Choker Mod von Medieval 2 Total War von meinem alten Modder Kumpel DeathEye. An der Stelle herzliches Dankeschön für die Erlaubnis, Let's Playen zu dürfen und an der Stelle natürlich nochmal Dankeschön an Creative Assembly für die Lizenz Total War Spiele Modden, äh, ja, Modden, Let's Playen zu dürfen. Und ich habe mich sehr gefreut, jetzt die Mod mal anspielen zu können, also anzufangen, dass ich anfangen kann, diese Mod zu spielen, weil ich irgendwie ganz lange nie Zeit hatte. Die anderen Modder, die kennen das, dann moddet man, moddet man, dann denkt man so, ah, ich muss aber mal wieder zocken, dann fängt man zu zocken und dann so, ah, mhm, mhm, jetzt habe ich eine neue Idee, schnell wieder rüber in die Mod. Und die letzten Jahre habe ich ganz viel gemoddet und, ähm, im Moment ist bei mir so ein bisschen, ja, mal so eine die Luft raus. Also im Moment genieße ich es einfach mal nicht zu modden, sondern einfach wieder wild wie ein Mähdrecher, wie ein entfesselter Mähdrecher oder Rasenmäher hier spielisch zu spielen und das, äh, aufzunehmen und eben diesen Frag da Games erschief aufzubauen. Das finde ich gerade extrem spannend und lustig und gefällt mir sehr gut und mal gucken, ähm, ich mache das jetzt noch eine Zeit lang weiter und, äh, dann werde ich wahrscheinlich auch wieder modden. Ähm, also ich habe ja da mehrere Projekte, die, äh, eins steht ja kurz eigentlich vor der Feigstellung, ähm, hier, was ist, deutschen Vaterland, und, ähm, ähm, äh, da ist eigentlich gar nicht mehr viel zu machen, aber das, was noch zu machen ist, das ist halt so ein elendiges Gepriemel und das kennt man ja, die anderen Mutter kennen das, das sind so Sachen, da prokrastiniert man ganz gern mal mit, äh, irgendwas anderem. Äh, äh, es gibt immer irgendwas, äh, Schüler, Studenten kennen das auch, kurz vor Klausuren, äh, muss dringend die Wohnung geputzt werden und zu viel Geschirr und, ähm, also, irgendwann modde ich ja weiter und jetzt spiele ich erstmal, äh, andere Spiele und, äh, die Mods von anderen Moddern, das, das bleibt ja auch irgendwie immer so ein bisschen liegen. Und da freue ich mich jetzt aber, zumal, dass er ja extra mir zuliebe eben, ähm, Ostrom Legionäre gegönnt hat, also es gibt ein Event, da kann man Legionäre bekommen, und da freue ich mich, deshalb spiele ich natürlich jetzt auch Ostrom. So, ähm, mal gucken, also, das müsste Ostrom sein, aber was ist das denn? Ach, die Seltsuken sind das, okay. Was ist das? Ah, das ist Georgien. Mhm, 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 sieht doch hübsch aus. Also, ich spiele die Version 3.0, äh, zumindestens stand das gerade an der Butt-Datei, die ich ausgeführt habe. Äh, ich stelle das hier mal, ich weiß nicht genau, wie das hier ist bei Shocker. Äh, ich finde immer dann, das ist sehr schwer, das Mittel langt eigentlich bei den meisten Medi-Evil-2-Mods völlig aus. Das habe ich hier gerade jedenfalls einen Satz konstruiert, äh, ja, egal. Äh, unrein. Jedenfalls macht hier, ähm, Dessai auch schon ziemlich lange an der Mod rum, und deshalb, ähm, da hat er auch sehr viel Arbeit reingesteckt. Ich kriege das immer so am Rande mit. Ähm, zum einen, was er eben selbst so postet und erzählt, zum anderen, weil, ähm, einer der Modder, die ihm eben hilft, ist ja Hyretik, der arbeitet ja auch bei Infraktor mit. Und, ähm, da kriege ich natürlich immer Insider-Informationen. Ja, also, hier ist keine Angst, Dessai. Hyretik, äh, plaudert nix aus, sondern, ähm, alles gut. Ähm, also, auf jeden Fall macht er schon so lange dran rum, dass ich mir recht sicher sein kann, dass das eine runde Sache schon ist. Und ich weiß ja, dass er sich unheimlich viel Arbeit gemacht hat mit Skripten. Ist ja lustig, ich starte direkt mit der Belagerung. Ähm, ja, weiß ich nicht. Erstmal gucken. Erstmal Ruhe, ich will mich in meinem Reich mal umschauen. Also, äh, ich hab Krieg in den Seltschuken, ja, das war zu erwarten. Ähm. Das ist, äh, guter Mann, ja, gut, äh, hat er gut geschrieben. Ähm. Ja. Also, historisch geht das total in die Hose, wenn ich mich richtig insinne. Ähm. Ähm. Die. Kann man jetzt aber auch schlecht abbrechen, gell. Weiß mal, das ist eine Motto und einen Innenhof. Ach Gott, das ist so überrennen wir. Da mache ich mir jetzt weniger Gedanken. Ähm. Ähm. Und an den Fraktionen, als dass da jetzt irgendwie zigtausend neue Einheiten eingebaut wurden. Ähm. Also, ähm, schon um meinen, äh, Moddingkumpel ein bisschen, äh, ja, äh, möchte ich hier nicht einfach so ein bisschen durchhuschen, sondern, was ist das denn? Ah, das ist der, das ist der Kaiser. Das ist der Ulkig. Haben die echt die Schreibweise verwendet? Hab ich ja noch nie gesehen. Die haben doch ganz, also die haben doch relativ zügig noch, ähm, wobei, ich weiß gerade genau, äh, 1070. Die sind doch relativ lang noch bei den alten Bezeichnungen geblieben und dann haben die auch ihre neuen gebastelt. Hier, Dingsbums, äh, griechisch, äh, altgriechisch bedingt, äh, halt oder eigentlich? Ah, genau, Basileos. Ähm, beziehungsweise Basileus, Basileus. Ich kann kein altgriechisch. Ich hab's mal versucht, ähm, ähm, an der Uni, aber das war dermaßen, also es ist eine extrem melodische Sprache, die hört sich unheimlich schön an. Aber die ist bocke schwer. Also, Latinum war schon knackig für mich, aber altgriechisch, da hab ich nach einem Semester gedacht, so, ach, leck mich doch. Das ist, äh, das ist ja was für Leute, die Mutter und Vater tot schlafen, das tue ich mir nicht weiter an. Das ist extremst schwer. Ähm, es wird natürlich irgendeiner kommen und sagen, boah, ich hab das hier locker gemacht, du Weiner. Aber ich krieg, ich hab das nicht hingekriegt. Also, dann Respekt vor jedem, der an der Uni altgriechisch gelernt hat und das drauf hat. Kann ja sein, dass es, äh, es gibt ja noch das ein oder andere humanistische Gymnasium. Ähm, dass die Leute es... Moment, das raffe ich gerade nicht. Wieso hab ich... Hier hab ich drei Punkte. Warte mal, wir gehen mal hoch. Da hab ich 85%. Achso, das wären 130 oder sowas gewesen. Ja, ist egal, wir befestigen es auf jeden Fall. Ähm, das kann ich nie eigentlich ausheben. Ähm, also, es gibt ja Leute, die sind auf humanistischem Gymnasium. Ich glaub, da kann man auch noch altgriechisch lernen. Dann kann das sein, dass, äh, wenn man da das dort gelernt hat, an der Schule lernt, sich Sprachen immer leichter. Lehrer haben halt einfach viel mehr Geduld als Professoren. Die sind nicht pädagogisch ausgebildet. Professionen in der Regel nicht. Ähm. Deshalb rate ich immer, wenn ihr mal irgendwas studieren wollt mit Geschichte oder, ähm, Romanistik, Anglizistik, weil Anglizistik weiß ich gar nicht genau, Theologie, warum auch immer. Ähm, dann werdet ihr das Latinum brauchen. Dann guckt das jetzt an der Schule, falls ihr noch Schüler seid, an der Schule hinbekommt, und euch das nicht mit dem Studium anfangen anzutun. Und das ist, ähm, also, äh, Latinum an der Uni nachholen, das ist definitiv eine der Strafen, die in eine der niederen Hüllen, ähm, vorbereitet ist. Also, viele Truppen hab ich am Anfang nicht, das ist aber nicht schlecht, weil das schont meine Kasse. Wie sieht's denn überhaupt aus? Ja, direkt Minus. Äh, sei klar. So, erstmal die Steuern hochdrücken. Wo es geht, und ein bisschen, Moment, Infrastruktur ausbauen. Sagen wir mal, ach so, das ist auch Holzburg. Moment, wenn wir halt, äh, Trapezion soll vielleicht befestigt bleiben, das ist nicht so doof. Das bauen wir definitiv um. Ähm. Da gehen wir mal ordentlich hoch. Da können wir es nicht. Da müssen wir vielleicht was bauen, was die Leute ein bisschen glücklich macht. Ja, Brunnen ist nie verkehrt in der Großstadt. Wobei, ich weiß gar nicht, den Konzern in Opel, die haben ja noch funktionierende Akkredakte, oder? Ähm, Smyrna muss ich jetzt eigentlich nicht unbedingt als Burg haben, das kann eigentlich zur Ortschaft werden. Ähm, das brauche ich auch nicht definiert, da brauche ich eigentlich auch keine Burg. Ähm. Bauen wir mal Rodung. Dreimal mal die hoch. Korinth ist als Burg schon stehen, das heißt, ich könnte hier bessere Truppen ausheben. Oh Mann, Haft, das bringt wenigstens ein bisschen Handelsverbesserung hier auch. Ähm. Jetzt können wir nichts mehr bauen, aber vielleicht können wir ein bisschen die Steuern drücken. Ähm. Bam, bam. Jetzt habe ich einen neuen Urwurm, was mich extrem nervt. Und zwar das, ähm, eine Lied aus der Monster-AG. Kennt ihr bestimmt dieses? Bum, 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 bum. Das ist kein Zufall. Ha. Ähm. Hier brauche ich aber auch keine. Äh, kann auch umgerüstet werden. Tiochia ist eine richtige Stadt. Klar, war ja auch eine extrem wichtige Stadt. Ähm, da hat sich der letzte, ernsthafte Kaiser Ostroms, äh, der Generäle Roms, ja, der gute alte Apostat, äh, Julianus, äh, nochmal ziemlich viel Ärger eingehandelt, bevor er nach Osten abgerückt ist und dann von irgendeinem Kackchrist mit einem Sperr im Rücken ermordet wurde. Ja, in dem Fall sage ich Kackchrist, weil wer in dem anderen einen Sperr im Rücken gerammt, der hat erstens das Christentum nicht verstanden. Und zweitens war er noch ein Verräter. Äh, das braucht man nicht zu beschönigen an der Stelle. Gut. Machen wir mal Rundenende und danach setze ich den ersten Cut, weil ich habe mich wieder ewig gelabert. Also mein Ziel ist es natürlich, äh, das Römische Reich wiederherzustellen. Dementsprechend werde ich das hier auch wirklich, äh, spielen, lange. Also ich habe ja eh vor, fast alle, also mindestens über 95% der Spiele, die ich vorstelle, in meinen Videos ja auch als richtiges Let's Play Projekt zu spielen. Nur, ähm, sehe ich das völlig entspannt, sehr langfristig. Ich bin ja kein professioneller Let's Player. Ich muss nicht irgendwie 15 Millionen, äh, 12-Jährige glücklich machen, indem ich täglich drei Videos poste von irgendwelchen Projekten. Ich kann das, äh, das Lockere angehen. Wo kommt denn der jetzt plötzlich her? Ich will es mich verarschen. Nix gibt's. Wir hauen ab. Sehr geil. Ja, ist mir egal. Ah, ist sehr nett. Äh, ja, klar. Frauen, nur mitnehmen. Ja, das ist geil. Das ist aber... Das ist ein, du Heimtückling. Okay, egal. Kann man nicht auflösen. Ei, 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 ei. Abbrechen. Gut, Michael. Ich hoffe, du bist ein etwas klügerer Kaiser. Ähm. Okay. Ach, Quatsch. Das geht doch noch, die Rundenberechnung hier. Das Spiel mal 1648, mein Freund. Ähm. Ne, ich brauche keine Gildenmilizen. Nein, wenn du lieber nichts haben willst, dann klicke auf Ablehn. Ja, ne, die Gildenmilizen brauche ich nicht unbedingt. Und, ähm, ich fand das jetzt okay, aber... Okay. Darfst du ja im Forum, darfst du mir dann auf die Ohre hauen. Ist in Ordnung. So, Steuer runter hier bitte. Gucken wir mal an den Priester rein. Ähm. Ja, weißt du was? Dann leckt mich, dann werdet halt aufständig. Ist mir doch egal. Also, ihr kommt auf meine Liste. Ähm. Früher oder später komme ich zurück. Darüber... Und, äh, viel Spaß noch. Wir sehen uns im nächsten Video und auch hier bald wieder. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.